In Coburg ist jetzt eine neue TTL-Filiale eröffnet worden. Deshalb wurden die Kunden am Eingang von den Mitarbeitern mit einem kleinen Präsent begrüßt. Im Landkreis Coburg ist es bereits die zweite Filiale vom Tapeten Teppichbodenland. Und das hat auch einen Grund. Die zweite Filiale ist eine Erweiterung zu unserem bestehenden Markt im Dörfless. Und wir hoffen uns dadurch einfach einen größeren Kundenkreis hier in der Umgebung bzw. Itzgrund zu erschließen. Die 15 Mitarbeiter kümmern sich rund um das Wohl der Kunden. Von der persönlichen Beratung bis hin zur Montage. Und auch das Sortiment der neuen Filiale bietet so einiges. Das Sortiment reicht von Tapeten, Wandfarben, Bodenbelägen jeglicher Art, Teppichböden, Laminat, Designbelag, über Gardinen und alten Zubehörtikeln, was man dazu braucht zum Verlegen. Das neue Geschäft in Coburg ist auf den neuesten Stand modernisiert und bietet zu den bestehenden Produktgruppen außerdem und nur in dieser Filiale spezielle Wandfarben an. Und pünktlich zur Eröffnung gibt es natürlich noch ein besonderes Angebot. Eröffnungsangebote gibt es ziemlich viele. Im Bodenbereich, im Tapetenbereich und speziell im Gardinienbereich haben wir 20% auf Sonnenschutz bis zum Ende des Monats. Zu den bisherigen neuen TTL-Filialen in Oberfranken kommt die neue Coburger Filiale als zehnte dazu.